Und ich war auch am Stand von Amigo, all die Neuheiten habe ich euch schon in Einzelvideos präsentiert, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, die Spiele sind auch alle verfügbar und hier im Rahmen des Videos nochmal ein schneller Überblick, was Amigo so zu bieten hat. Und beginnen möchte ich gleich mit einem Klassiker vom Herbst 2023, das ist Kabanga, ein richtig gutes, lustiges, einfaches Kartenspiel, Lama Kadabra, jetzt ein neues Basisspiel, auch sehr interaktiv und kam bei uns in den Partien bisher auch richtig gut an, obwohl es eigentlich schon einige Lama-Editionen gibt. Ja, Pick a Pen, eine neue Reihe quasi, wo man die Stifte nimmt, das sind gleichzeitig auch Würfel, wo man dann erwerft bzw. rollen lässt, abhängig vom Ergebnis, vom Symbol bzw. von der Farbe trägt man unterschiedliche Werte bzw. Werte in die jeweiligen Spalten dann ein. Gibt es auf jeden Fall sehr viele Ausgaben. Feiges Huhn, ja ich denke der Name sagt einiges, auch hier spielt Interaktion eine Rolle, wenn man sich nicht traut, dann heißt es gegebenenfalls Feiges Huhn und dann steht man vor der Wahl, eine Karte auszuspielen oder auch nicht. Snack Rabbids orientiert sich ganz klar eher an die Familien, ab sieben Jahre zeigt auch schon das Alter mit Karten, mit den Sammeln der einzelnen Gemüsesorten und mit den Würfeln, die hier eine Rolle spielen. Fehlen darf natürlich auch nicht das neue Kinderspiel und zwar mit Wolkenschiff spielt das kooperative Spielen, aber auch das Geschicklichkeit spielen eine große Rolle, wie ihr hier beispielsweise seht, weil beide Schachtel werden natürlich genutzt. Wolkenschiff gab es auch auf der Messe in einer XXL Version. Ich bin gespannt Amigo, wenn die natürlich auf diversen Messen sind und haben das XXL Spiel dabei, dann ist es natürlich ein absoluter Hingucker für Kinder und Familien und das finde ich natürlich toll, dass man das auch hier schon auf der Messe präsentiert. Zauberzwerg noch ein kleiner Rückblick, weil Zauberberg ist ja ein sehr erfolgreiches Kinderspiel und das kleine Kartenspiel, das Mitbringspiel, das kann sich durchaus sehen lassen, auch das habe ich euch schon in der Vergangenheit präsentiert. Ja und ich glaube zu dem Spiel brauche ich gar nichts sagen, das wurde natürlich vor Ort auch gezockt und hier seht ihr nochmal einen kleinen Überblick, es gibt einen von Sex nimmt und Saboteur, auch eine Jubiläumsversion, eine Sonderausgabe mit neuen Elementen, neuen Karten, auch das habe ich euch schon präsentiert und das war der Schnelldurchlauf. Musik